Heute ging es für mich zum Fressnapf, den Dank der lieben Lisa vom Kanal Colorfilmer. Jetzt weiß ich jetzt, dass es dort einen Tannenbaum gibt, wo man Hunden aus dem Tierheim oder aus der Pflegestelle einen kleinen Weihnachtshund erfüllen kann. Ich habe mich hier für den Hund Knopf entschieden. Er hat sich nämlich eine 8 Meter Flexileine gewünscht. Und dann nochmal für die Katze Bones, die wollte nämlich Nassfutter haben. Auch das habe ich gemacht und habe hier einmal zwei Paletten Nassfutter genommen. Ab damit zur Kasse und falls ihr auch ein Herz habt für Tiere, würde es mich super, super freuen, wenn ihr auch beim Fressnapf vorbeischaut und vielleicht eine Kleinigkeit kauft.